das heißt ich muss erst mit dem dinge reden weglaufen zu den automaten und von da außen sitzt dann ja aber jetzt haben wir das hier dann auch nicht ne ne warte mal weglaufen muss ich ein Oh? Hier! Kisaragi? Warum sind Sie wieder mit dem Sekig-Gahara? Sie wissen nicht, aber... Sie müssen sich nicht verletzen. Sie sagen, Sie sind 4-2-6, oder? Sie wissen? Sie haben gesagt, Sie! Ich habe keine Ahnung. Sie, was Sie in der Morymura? Sie haben gesagt, Sie haben sie mit dem Lager? Sie haben auch mit dem Lager. Sie wissen nicht, oder? Lager? Nein, keine Ahnung. Sie haben auch mit einem Lager. Das war's für mich. Ja, was ist los? Ja, was ist los? Ja, so ist er da gelandet. Quasi sich. Was ist die? Säbisch gehörter. Ich bin der Falle. Aber die Zuflar hat bergelebt. Die Flüssigen in der KON-MIT-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW-FW! Das ist ein Witz. Die Leute sind auch wegen der Schleimhäuser. Das ist das, was sie. Ein Mann, der Schleimhäuser ist. Der Schleimhäuser ist eine Schleimhäuser. Das war's für mich. Ich bin der Mann, was ich mache. Machst du nicht so? Ich bin der Mann! Daher hat sich die Trigger eingeschaltet. Sie haben mir keine Schleunbe. Ich habe die Schlange mit mir geklemmt. Ich mache das nicht so. Du hast mich verletzt. Ich mache es aus. Das war's für heute. Die Haus war immer nahe. Ich bin von klein, wo ich nachdem, wo ich mich nicht mehr anstellt. Ich habe mich nicht daran erinnert. Ich bin einig. Ich habe mich nicht daran erinnert. Ich bin einig. Ich bin einig. Es ist gegen Hara zu Gedanken hinzugefügt. Okay, können wir jetzt bei ihr noch irgendwas anders reißen? Eigentlich das fehlt noch, aber wie komme ich denn da hin? Aus dem Gang weglaufen bei den Verkaufsautomaten. Also irgendwas muss ich, wenn ich weglaufen will, noch... Ach, ich kann in die andere Richtung wahrscheinlich auch wegrennen, oder? Okay, sie steht da wieder auf. Er labert sie zu. Geh die Scheiß an, Alter. Geh lieber mit. Äh, weglaufen. Zur Cafeteria, das war's. Aber was ist da? Untersuchen. Aber was ist denn untersuchen? Oh, was ist das? Oh, was ich... Ich habe nur noch was! Ich habe es zu. So, Herr, was ist okay? Amiguchi... Schuh... Ich habe es zu hören, aber... Das ist nicht so. Ich bin nicht so, dass ich das Gefühl habe. Ich bin wirklich schlecht. Ich habe auch mit der Haut. Es gibt auch noch eine Ruhe. Ich will... Ich will... ... und ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind von einem Kind. Ich bin ein Kind von einem Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Die nimmt sie aber auch nicht, ne? Ich kann aber auch nichts machen, ne? Okay, das kenne ich schon. Hä? Herr Ida? Äh... Polizeiwache Kamasumi, Verhörzimmer, 1984. Komm, ist auch Onishi. Ja? Ja? Das ist ein Thema, was ich an der Zeit, und es gibt eine große Herausforderung. Ich will an euch an den Zeit, um zu verletzten. Was ich an den Geh兵? Wie kann ich das jetzt beschreiben? Ich bin jetzt in die Anfragen. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich so großartig, dass ich mich nicht in die Stadt verletzt habe. Was ist das? Was ist das? Ich bin aus 2064 Jahren. Ich habe schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich habe mich hier verletzt. Ich habe mich überrascht. 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 Wer ist das? Was steht das hat? Il meSenny. Ich bin all этого Hmm. Ich werde einen Schuldigen und sein dir beobachten. Así Élнул aus wie schon. Ich habe mich überrascht. Ich kaufe den Ampatukan. Vielen Dank ist es die Bewusstsein. Das war es wirklich. Dass man die Nachfolgerung von der Bevölkerung anbieten hat, ist es aber nicht so, was es? Das ist die Anführung des Regierungschefs. 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 Ist er das doch überlebt, oder ist das ein anderer? Sakura Oberschulekrankenzimmer. Ja. Ja. Ist der zufällig der vorherige Fuzzi vom Ida-Sensei? Geist der Vergangenheit, Shu-Amiguchi Ah, den hab ich doch auch schon bei 71 Okay, wir sind bei ihr auch schon bei 75 42 Ah, das richtet mich auf, Alter Der ist bei 14, Mann, ich denk mal, gerade der ist der Typ, der wohl auch alle Geheimnisse hat, ne? Genauso wie der Okino Heißt der Okino? Ich glaub, der hat ja irgendwie auch geheißen Und was machen wir auf die Viecher hier schon wieder? Ah, was hab ich jetzt gemacht? Ups Ja, wir müssen dann demnächst auch mal wieder eine Folge machen, wo wir vier, fünf so Dinge, Missionen machen Äh, machen wir weiter Machen wir mit dem Judo weiter Ach komm, machen wir erst mit dem E-Kun weiter Ey, Sekigahara Bei dem wir eh nicht wissen, was bei dem eigentlich abgeht Oh shit Oh shit Natsuno Minami Phaser Geheimnisvolle Notiz Also zwei können wir machen, bei uns, aber einem fehlt uns noch von den Natsuno Stimmt Der mich anschaut Ach so, nachdenken, andere Übungen Nachdenken, andere Übungen Okay, DD zu 426 DD426 Das ist ein 5 Meter große Telefon Oder Walkie Talkie Äh, wo ist denn das? Fuck ja, ja Puh Das war's für heute. Was? Ich habe meine Arbeit gemacht. Arbeit? Ich habe einen wichtigen Daten-Unit für die wichtigsten Daten-Unit. Aber die Situation hat sich verändert. Ich möchte die Daten-Unit für die Daten-Unit. Die Daten-Unit ist wahrscheinlich in der Saakura-Unit. Ich habe mich über die Säakura-Unit. 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 Ok, Natsuno, Natsuno. Natsuno, Natsuno. Natsuno, die Daten-Unit ist nur die Namen und die Klasse. Sie sind die Säakura-Unit. Sie sind die Säakura-Unit. Natsuno, Natsuno. Natsuno, Natsuno. Ich habe mich über die Säakura-Unit. Ich werde bald mit uns zusammenkommen. Ich werde nach dem Frühstück gehen. Ich werde nach dem Frühstück gehen. Was? Iori! Natsuno! Was ist da im Gesicht? Wie war das? Unsch, warte. Die Niwako? Nr. 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 Wie sonst noch? Okay, das hatten wir schon mal. Okay, dann haben wir hier alles. Okay, das war's für mich. Ich habe mich, oder? Ja, ich glaube, es kommt. Wie ist das? Ja. Oh. Wie kommt denn das da an, glaube ich? Iori-chan! Oh, Miwa-chan! Hä? 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 Es ist egal, Iori-chan! Miwa-chan! Ah! Ich habe mich überrascht. Ich bin Miwa-chan. Iori-chan, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und was ist das? Ist das nicht so? Was ist das? Das ist das, ich weiß nicht so. Ich weiß, dass ich das schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Telefonnummer auf dem Telefonnummer fangen. Das ist ein Zeichen? Okay, äh, und Natsuno Minami. Jetzt kommen die anderen noch. Äh, noch einer. Oh, weh, was hat er denn jetzt... Jetzt dachte ich schon, ich glaube. Was ist los? Hallo? Diese beiden verfolgen... Oh, was hat er denn? Ich bin ein bisschen interessiert. Oh... Wow, Alter, dies verknallt ja nicht. Du lässt es einfach so... Na gut, er hat seine Erinnerung verloren. Ignorieren wir das einfach mal. Gehst du das einfach rein? Ja... 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 Ja...